So, wieder zurück zu Stompingland. Endlich in der Höhle angekommen nach gefühlten halben Stunde oder Ewigkeit eher. Der Borosser ist auch wieder da. Der Borosser ist auch wieder dabei. Herzlich willkommen, Leute, zur nächsten Folge. Drango und Leo auch. Und jetzt gehen wir endlich mal in die Höhle rein, nachdem wir so oft getötet wurden. Sliden! Sturm auf die Normandie! Für Gondolin. Für Gondolin. Alter, jetzt... Ah, hier sind die Kräuter. Oh, da ist die Pflanze, da ist die Pflanze. Und da ist gleich wieder der Ausgang. Ach so. Wer hat das jetzt... Ich hab's eingesagt. Jetzt nur eine Pflanze hier. Eine Pflanze für zwei Leute. Aber egal, ich hab zwei Pflanzen, dann kann ich einen tamen. Das war's jetzt schon. Alter, ich fühl mich verarscht. Kannst du damit auch mehrere tamen, ne? Ja, zwei Leute. Zwei Viecher. Da unten den tamen ich gleich mal, warte mal. Ja. Oh, der ist gerade abgehauen. Ja, den da. Hä? Jetzt hauen die Mistviecher die ganze Zeit ab. Warte, nicht so weit ran, nicht so weit ran. Weg da, weg da. So, warte mal, lass mal den Bronzer das machen, Alter. Er geht ins Wasser. Wir gehen ins Wasser. Bronzer, ey, der Rambo-Eins, der Schütze, ey. Gut, er ist tot. Okay, lass ihn, lass ihn. In jedem Fall, Mann, ey. Dann tame ich mir jetzt. Also, den Bogenkampf mach mir keine was vor. Und wie macht man das jetzt mit tamen? Wie ne neun Meter hier, Alter. Wie macht man das jetzt mit tamen? Äh, das musst du jetzt eigentlich dran stehen. Wie scrollen oder was für die linke Maus hast du? Ach, guck mal, das hängt voll in seinem Fuß drinne. Geh, geht mal weg, hier, hier. Geh, geht mal weg. Ah, bleib stehen, du Mistviech. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich mich draufsetzen noch am besten. Jetzt bleibt er gleich stehen. Gut. Oder auch nicht. Let's go. Let's go. Yay, Bitches. So, und wie lenkt man das mit mich jetzt? Äh, mit der linken Maustaste kannst du die Gas geben und dann... Wie kann ich einen Rückwärtsgang machen? Wie kann ich einen Rückwärtsgang machen? Was, der hängt grad, der hängt grad voll. Ja, das wär echt so, Mann. Der packt voll. Wie könnt ihr jetzt dann? Wie ist das schnell? Ja, schnell gegen die Wand läuft er. Guck mal, ob da alles gut ist. Alter, ich kann grad nicht. Wie kann man einen Rückwärtsgang? Jetzt bin ich runter. Rückwärtsgang? Ja. Ich glaub, der Timurina da. Hast du nicht noch ne Zweifel? Ja, schon. Warte mal. Äh. Vielleicht, da hängt irgendwas schwarzes. Mit... Mach mal weg. Jetzt, das Mistviech steckt die ganze Seite der Wand fest. Ich glaub, der Durchfall, ey. Guck mal, wie er jetzt die ganze Zeit laufen will, aber er kommt ja nicht mehr raus, weißt du? Was ist noch ne Beere, oder was? Dann geht mal die andere Beere. Ne, ne, nehmt euch mal das Viech hier. Hä? Was sollst du denn hier umbringen, Alter? Du bist selber gestorben. Du hast doch da gerade gegen gehauen, oder? Nein. Aua. Ah, ich wird angegriffen. Warte, den schnapp ich mir jetzt, der ist viel cooler. Oh fuck. Oh fuck it, ey. Hä? Jetzt... Jetzt... Jetzt den hotel ich mir jetzt. Und ich bin schon wieder tot, Alter. Aber kannst du mich heilen jetzt mit der Beere? Ne, ich halt lieber mein Viech. Kannst verrecken. Kannst verrecken, Alter. Ich verabschiede mich dann. Aber... Das ist zu viel. Warte mal, ich hol mal... Vielleicht kann man jetzt die Pflanze wiederholen. Ich hol mal einen. Ja, ich heil mal den, der hier steht. Ich hab jetzt irgendjemanden revived. Keine Ahnung. Ja. Danke. Nein. Dann lass jetzt die neue Pflanze holen dann. Ja, hoffentlich respawnt die. Alter, ist der Dunkel. Das ist ein langer Ausflug, ne? Alter, ist der Dunkel. Ah, nee. Ich brauch ne Fackel, ey. Ohne Fackel geht das nicht klar, Alter. Hier liegt der eine draußen. Ah, ja, genau. Hey, der eine Typ steht da noch draußen rum. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Da schießt jemand auf dich. Nee. Ach, dann bin ich das wahrscheinlich. Bist du spür denn da, oder was? Aber ich bin tot. Hä? Ich hab doch einen revived. Ich hab doch einen zurückgeholt. Ja, aber das war... Bronze, oder? Da sind jetzt drei hier, oder? Bonser, bist du am Leben? Ja, ja. Tommy hat mich jetzt wieder geholt. Bonser, bist du am Leben? Nee. Habt ihr jetzt so ne Scheiss Wackel? Warte. Ich guck mal eben, ob ich jetzt die Pflanze kriege, oder? Ja, da ist jetzt noch keine Pflanze. Ich weiß nicht, wie die respawns heute da ist. Nee, stimmt. Ist noch nicht. Scheiße. Vielleicht wenn man jetzt Bonser wird killen, dann kommt wieder ne Pflanze, weißt du? Mein Viech ist auf einmal gestorben. Aber wieso, ne? Ich weiß nicht. Ist irgendwie festgepackt in der Wand. Sollte dir nicht mehr dienen, ey. Wieso, ey? Schlecht. Jetzt hat lieber den Deathmode, ey. Begünstigt, ey. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch mal gesehen, wie Tommy schön gegen ne Wand reitet. Und dann hat er auch schon mal einen Traum. Auf jeden Fall. Den hätt ich mir gerne getamed. Hast du keine Pflanze? Ah ja, du hast ja keine mehr, ne? Nee. Wie ich wär mit dem Bronzer rausgehauen. Eigentlich hätt ich's nicht machen sollen. Das war dumm. Ja. Die Pflanze hättest du nicht für Bronzer mit verschwenden sollen, du. Naja. Du brauchst es nicht werden. Ja, was machen wir jetzt Leute? Ich will nochmal so ne Pflanze haben. Oder ihr könnt ihn mal haben. Ja, aber das Viech lebt noch. Schau da. Da ist ein Viech drin im Felsen. Hier. Hier ist ein Viech drin. Alter, das hat mich weggedasht. Hä? Hä, boh. Das hat mich voll weggeschlagen. Ich würd sagen, wir rüsten uns gleich auf und dann machen wir nen Endzeit-Fight. Da ist es. Ja. Im Boden steckt's. Auf jeden Fall. So nen epischen Fight, Mann, ey. Alter. Da haben wir doch noch was für andere Folgen. Nach zum Vulkan. Ich rüste jetzt. Ich rüste schon mal auf, ey. Mach mal. Dann machen wir jetzt PvP, oder? Ja, machen wir gleich. Jeder rüste sich komplett aus. Ich fiddel heute raus. Jeder ist für sein Überleben zuständig. Ja. Ja. Wir leben jetzt noch so lange auf, bis wir tot sind und dann... Ich werd eigentlich nochmal die Pflanze haben. Oh scheiße, hier kommt ein Gewitter. Du brauchst gleich gar keine Pflanze mehr, wenn ich die stürte, ey. So, Mädels. Ich verabschiede mich, ne? Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao. Jetzt sind wir jetzt nur dritt, oder was? Hm. Okay. Jetzt wollte ich mir grad die Kiste da wegziehen. So, warte mal hier. Meine Kiste hier. Was hast du denn da? Wer hat sich grad meine Kiste geklauscht? Ja, der, der so dreckig lacht, ey. Ey, du Schwein. Du hast ihn gewischt. Kampf geht noch gar nicht los. Kannst dich doch eh nicht mit den epischen Bronzekrieger anlegen. Ey, ich hab den geheilt, du Schwein. Ich hab den geheilt. Ey, der Nacht, ey, der Nacht, der Kampf, der wird geil, Mann. Wir werden uns kaum sehen, ey. Sag ich mich jetzt an. Verpiss dich. Okay, weil wir noch nicht kämpfen, okay, okay. Ey, wir können doch mit den Fackeln so eine Art, so eine Arena machen, weißt du? Hey, dich erwischt, oder was? Ja, lass mal machen, ey. Das ist eine Uhrzeit-Arena. Ja, ja, genau. Mit den Fackeln. Ich kann jetzt nicht mehr schnell laufen, ey. Kann man jetzt nicht mehr schnell laufen, ey. Kann man so eine Gänze machen, weißt du? Guck mal, ich lauf jetzt schnell, aber ich lauf die ganze Zeit auf der Stelle. Ja, weil du die ganze Zeit ja noch zählst bei mir. Ja, bei mir auch. Mit der Axt zählst du. Hä? Schwachsinn. Ja. Ja, jetzt, jetzt. Egal, aber sowieso ziehst du mit der Axt? Bist du gestört? Ja, na, 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 na. Ne, brauchen wir irgendwie eine Arena oder so? Ja, gleich, mit Fackeln. Ja, so ein Käfig am besten. Ja, das ist ein klein. Käfig um uns rum. Jetzt können wir aber noch hier erstmal ausrüsten. So, Spear? Mach ich auch grad. Eigentlich brauchst du nur Schild, dann hast du schon gewonnen. Ja, Schild macht keinen Schaden. Ja, ist echt so. Scheiß auf Schild, man, weißt du? Ja, man, alles offensiv, man. Du musst so Schildwoche von Gondor werden. Schildwoche. Liga, ich bin Gondalp, glaub ich, ey. Hey, da kommt ein Dino auf uns zu. Kannst du auch einen Stab basteln, ne? Nur einen Zauberstab, ey. Nein. Guck mal, Spear ist eisig grade, ey. Ich fliege schon wieder. So, ich hab jetzt auch einen Spear. Zack, zack. Keine Chance. So, ich hab einen Spear und einen Bogen. Der braucht man eigentlich nicht, ne? Ja, dann machen wir jetzt, mach ich schon mal Fackeln. Ja, schon machen wir einen schönen Kreis, weißt du? Ja, genau. Jetzt nämlich eh dunkel. Macht eben Fackeln auch schon mal. Gleich, gleich. Hier, Ding, Spear und Bogen reicht, würd ich sagen. Oder? Mehr braucht man nicht, mehr braucht man nicht. Sonst dauert das alles wieder zu lange, ey. Machen wir mal eben hier, links. So. Hier hab ich schon mal ne Fackel, ey. Die Fackeln, die fucking... Oh, meine verreckt bald am Hunger. Glaubst du, ey? Ja, ja. Wir müssen echt bald anfangen, weil sonst hungern wir echt. Mh... Bei mir ist es noch grau, aber... Ich glaub hier ist ein offenes Fett, hier kann man, glaub ich, gut gegeneinander, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich mach schon mal die ganze zum Strand, ey. Ich bin hell hier oben, ne? Alter, wo ist Fett hier? Ja, ich? Hüppi, Alter, ey. Der ist Bongo-Lass. Was macht der? Das ist mir keine Waffe. Du bist doch schon wieder survived, ey. Aber der Flak war ganz schön lange. Ja, das ist echt so, ey. Ey, komm mal hier hin zu den Fackeln. Ist die erlaubt oder nicht erlaubt, die Waffe? Fackeln? Die Boloz. Ja, was bringt das? Für ne Boloz? Ja, da flakst du erstmal ne Boot, ne? Ja. Das ist dir klar, ne? Ja, gut. Können wir machen mit Boloz. Man kann sich ne Rogue bauen. Mach ich jetzt mal. Ne Rogue? Ne Rogue. Ah, das ist für die Boloz die Munition wahrscheinlich. Ja. Ja. Kann sein, aber. Genau. Können wir machen, ey. Ja, mach da jetzt mal auch langsam die Fackeln, ey. Weil sonst dauert das ja Ewigkeiten. Mhm. Dann mach jetzt noch die Boloz und die Boloz. Da brauchst du. Ja, ne. Tommy will nur wieder voll equipped hier rumlaufen. Das ist das Problem, weißt du. Und stirbt in zwei Sekunden, ey. Zwei Spiele geklärt hier. Alter Noob, ey. Na Hobby Noob. Hobby Noob. Aber es mit Dino klappt irgendwie nicht so. Wie wir uns vorgestellt haben. Ja, wer weiß, was passiert wieder, wenn du jetzt nicht gegen die Wand gefahren wärst, ne? Wär ich durchgedreht. Und ich sage bewusst gefahren. Aber jetzt schau ich noch mal kurz zur Höhle. Mach dir mal hier weiter kurz. Oh, die Fackeln sind aus, wenn die Regen kommen, super. Ja, mach mal ohne Fackels, du Scheiß. Ich renne jetzt noch mal kurz zur Höhle. Vielleicht hast du sie jetzt schon wieder grüßt. Wer ist der Typ mit dem Speer? Wer ist der Typ mit dem Speer? Keiner. Du. Ich renne jetzt noch mal kurz zur Höhle. Was, ich meiste schon wieder mit Boloz nach mir. Aber musst du auch treffen, ey. Ja, lass mal jetzt hier, äh. Oder wir bauen halt in der Höhle so einen Kreis, ne? Aus Fackeln. Dann sehen wir gar nicht. Achso. Was ist der Typ mit seinen Scheiß Boloz? Du hast gleich ne Axt im Kopf, ey. Ey, die Pflanzen sind wieder da. Echt jetzt? Magst du die jetzt haben, Boloz? Ja, ja, gib mal sonst. Ich versuch's dann eben nochmal. Ja, dann komm her. Ist gerade gespawnt. Ja. Das ist ja direkt der Begierde. So lange ist die Spawnzeit dann ja auch nicht, ne? Naja. Nö, geht eigentlich. Schade, dass man hier nur eine findet. Ich will die Scheiß Dings nicht auch nehmen. Voll die Scheiß Textur ist die Pflanze. Ja, warte, ich komm eben so rein ohne Fackel. Ja, ich bin eh da. Kann ich den Weg leuchten. Jo, komm mal her. Siehst du eh? Siehst du eh das Gründerzeug? Du kommst nicht mehr raus. Die leuchtet hier im Dunkeln, Alter, ey. Die leuchtet ja nicht. Mal mal da drüber latschen. Hast du sie? Jetzt ja. Ja, eingesammelt jetzt. Okay, jetzt holen wir uns nochmal so einen Viech und dann. Ich glaub ich weiß wieso die einen Cage gemacht haben. Weil wahrscheinlich wegen einfangen und dann kannst du bestimmt besser dann raufsteigen. Ne, aber das Video was ich mir angeschaut hab, da brauchst du gar keinen Cage. Hm. Naja, wo ist denn da jetzt so ein Mistviech? Geh mal auf die andere Seite von der Ding kurz. Von der Höhle. Dann kann man wieder von oben runter swipen und ist am besten. Du kannst ja auch so einen Fisch fangen, wenn du willst. Und dann zähmen. Und dann zähmen. Kann ich da, ähm, bootmäßig da durch die Welt. Da hast du so einen Kaper da, weißt du? Dann kannst du eine Blatscher machen. Das haben wir schon verloren. Neues Piratenschiff. Das ist ein ganzes Blatscher. Ey, ich werde dir suchen jetzt noch einen Dino und sterben alle dabei. Das hab ich auch so ein Gefühl. Aber hier oben... Ist mein er safe. Aber hier rennt doch grad keiner rum. Ey, das ist voll verbuggt manchmal hier. Ich find cool, dass man keinen Fallschaden hat. Oh, ich hör schon wieder die ersten Viecher. Oh, da unten, ja. Mit dem, mit dem Dings. Mit diesem... Stacheln? Wo, wo ist der? Ich hab ihn nur gehört, aber nicht gesehen. Da unten. Da hinten ist er ja links, ne? Ja. Lass den mal killen, oder? Warte mal, geh mal weg. Musst du den killen, oder ist es egal, wer den killt? Eins, den kriege ich eh? Ne, ne. Ich seh ihn noch immer nicht. Hinten, hinten. Wo kam das her? Wo kam das her? Wo ist denn der Typ? Da hinten. Ach, da. Er hat zehn. Oh, da sind zwei, da sind zwei. Pass auf, pass auf. Da. Auf jeden Fall gefährlich hier. Oh, ne. Der eine ist aggressiv. Links muss auch noch irgendwas sein. Oh, da ist noch einer. Fuck. Hinter uns, hinter uns. Pfeile, Pfeile, Leute. Pfeile. Oh, ich bin tot. Ey, Leute. Ich hab wieder... Zu spät, zu spät. Da brauchst du? Ich hab natürlich die Bären, ne? Wirst du, Brosse. Seh ich nicht. Ich bin tot jetzt hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Kacko, Neule. Vielleicht hast du die... Vielleicht hast du die Bären. Ne, jetzt die Leiche weg. Ne, ich hab hier nicht mehr die Bären. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Macker, ey. Oh, Macker, ey. Oh, Macker, ey. Oh, Macker, ey. Das war scheiße, Mann. Jetzt hat er die Bären gehabt, man verreckt, der Typ. Ich glaub's nicht. Oh, mein Gott. Egal, ich töte mich. Ich töte mich jetzt auch noch kurz und dann machen wir einfach ein Battle beim... äh, beim Zelten. Ja, ich bin jetzt... Okay, okay, dann töte ich mich jetzt und dann treffen wir uns gleich beim Zelten. Jo. Schau jetzt noch mal, ob die Pflanze gleich wieder geresponnt ist. Naja, leider nicht. Schade, hätten wir jetzt noch mal sehen können. Oh, naja. Jetzt töte ich mich mal schnell. Oh, wow. Ja, ich würd's dann auch wahrscheinlich erst wieder weiterspielen, wenn ein Update kommt oder so vernünftig. Alter, die sind so krass, die Viecher. Momentan. Klatschen dich so weg. Ja, vielleicht noch mal ein T-Rex zähmen oder so, wär natürlich geil. Das muss aber erst mal hinkriegen, ey. Gar nicht so einfach, dieses zähmen. Ich dachte, das ist leichter. Vor allem, dass die Pflanze selten ist. Ich dachte, da sind jetzt halt so fünf Stück drin. Für jeden einen und nicht, dass du einmal drüberläufst und dann... Naja. Wer ist da am Feuer von euch? Keiner von uns, ne? Doch, ich. Hast du's grad angemacht? Ja. Ja. So, jetzt machen wir hier nochmal ein Battle zwischen den Zelten, dann geht's los. No Bogen. Ja, aber... No Bogen. Genau, genau. No Bogen? Ja, wir sterben eh viel zu schnell. Hast ja gesehen. Einschlag meistens und dann... ...zu Tode. Zwei. Einschlag mit Speer. Mit nem Bogen. Mit nem Bogen zwei. Wenn du vernünftig triffst. Ja, einschlag mit Speer, fertig. Einschlag mit nem Speer. Ja. Oha. Krass. Deshalb Speer ist echt heftig. Aber ich bin jetzt nochmal hier mitten im Wald und will mich eigentlich töten lassen. Hä? Ich dachte, du bist tot. Ja. Ja, ich hab mich ja mal in dem gespawnt. Ah, du bist ja auch ein Schnaubeer-Guy. Haffe, du. Oh, meine. Hey, da ist so ne schöne Kiste, wie ich schon randvoll gefüllt. Schnapp ich mir jetzt mal. Ja, komm mal hin. Komm mal her. Klatsch da mir eine. Klatsch da mir eine hier. Ja, aber hallo, oder? Und der Zauberbogen. Der Zaubersperner Hose. Ja, da töd ich mal, Digga. Ja, wenn man hier ein Dino wäre, ey. Wenn man einen haben will, ist keiner da. Oh, Mann. Hallo. Wo seid ihr denn, Kinder? Ich bin jetzt auf Dinojagd. Was brauchst du oder was? Aber unsere anderen Kollegen sind auch nicht mehr hier. Ah, die sind gar nicht mehr drauf. Nur, dass er bei Grills. Wir sind fast die Einzigen draußen, ey. Der Grills da wie Weltmeister. Der 244 Experience. Oh, heftig. Hätten wir jetzt auch schon. Hätten wir nicht mal gestorben. Ja. Bist du gestorben jetzt? Äh. Hier ist keine Dino. Sind alle ausgestorben. Ja, geh doch in Richtung Festland. Bin ich doch in der Mitte. Ach, du bist da. Okay. Ja, aber irgendwie sind alles nicht so einfach hier. Alles nicht so einfach, ey. Bin wieder nicht gebacken, ey. Ich geh da auch an den Zelt nur rumjumpen. Nö. Ja, genau. Auf dem Zelt kann man dann klicken und dann takedown. Dann ist das Zelt weg. Achso. Digga, komm mal jetzt hier. Ich steh da direkt vorm Zelt, Alter. Kommt eine große Überraschung für dich, ey. Scheiße. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Wir haben nur mit der Bodas gegenseitig fangen. Bis der Brauchster hat. Okay, warte mal. Eben, Bau nehmen. Wo sind denn die ganzen Dinos, Alter? Hier ist weit und breit kein einziger Dinos. Haben wir alle getötet. Haben wir alle Zöne gelockt. Dinosaurier. Forsythiren. Mensch, du. Ihr macht Sachen. So Buddhas-Action. Buddhas macht irgendwie auch total Bock. Ah, hier ist ein Dino. Ja. Wenn du ihn gefangen nimmst und dann ab in den Käfig ziehst. Ey, das ist schon geil. Hast du's? Warte. Ja, hab ich jetzt. Warte, ich baue jetzt gerade. Oh, Dino. Komm her, komm her. Oh, geil, danke. Warte sofort. Der hat's mir richtig gegeben, ey. Muss drauf bleiben, sonst, wenn du einmal klickst, dann geht's nicht. So jetzt. Okay. So, so die Entfernung hier lassen und dann los geht's. Ja, okay, alles klar. Fuck, der ist nichts. Boah, voll daneben. Ich hab's. Wir haben uns gegenseitig. Und der Brosse haut mich mit der Axt, die Sau. Da seht ihr mal, wie der Brosse in Wirklichkeit ist. Ich bin der Sieger. Und wegen dir ist jetzt der Bear Grylls gestorben. Digga, Alter. Digga, Alter. Scheiße, ich bin echt der Boss, weil ich mir das Alphatier, weißt du? Nein. Jetzt hat jeder nur einen Bogen und jetzt geht's los. Aber wir haben uns gleichzeitig erwischt. Das war nicht schlecht. Ja, aber cool. Ja, krass, ey. Und dann kommt der Brosse. Das war schon... Was macht der denn schon wieder? Ich geh da schon wieder Axt aufeinander los, ey. Aber jetzt erstmal nur Bogen. Ja. Wer hab ich denn da gerade umgemacht? In Brosse. Achso. Jetzt geh weg, Alter. Oh, was soll ich? Vollidiot. Du hast den Bear Grylls auch rumgebrochen. Ah, die Kiste, ey. Geil. Da ist ein Holz drin. Oder zwei. Los geht's, Leute. Ja, los geht's. Ihr killt mich die ganze Zeit. Ich hab von euch noch keinen gekillt. Ja, du hast doch nicht Hohen gekillt. Irgendwann der Superlache, ey. Ja. Das war auch berechtigt. Aber jetzt müssen wir hier das Battle vorbereiten. Wer hab das berechtigt, ey. Alex lacht, die hat nur einer. War echt, ey. Ich hab in der Einzige stirbt. Jetzt geht's schon wieder los. Jetzt verpiss dich doch mal hier. Oh, Mann, ey. Ey, du bist so scheiße. Wer denn? Ich spinn das nicht. Hör doch mal auf da hinten jetzt. Ich weiß das nicht. Der Grylls haut jetzt hier auch mit rum. Oh, ne, oder? So. Wo ist der denn? Der wollte sich bestimmt auch mal rächen oder so. Ach, da ist er. Tof. Ich spawnte gleich wieder. Schau doch mal. Alter, ich will doch nur mal... Oh, der hat hier sein Tipi, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, sowieso. Oder? Ja. Ich hab den bestimmt vorhin abgekleilt, deswegen ist er jetzt aggressiv. Hallo, schreibt er. Ja, ja, hallo. Ach, da hinten ist er. Ah, okay, lass das. Ich reiß das Tipi ab von dem. Komm mir auf den Sack, ey. Mach doch einfach schnell einen Bogen und dann fertig hier. Ja, bau dir jetzt einen Bogen rein. Ja, hab ich doch, Mann, ey. Heiß drauf. Ich töte ihn jetzt gleich. Oh nein, ey, er geifft mich wieder an. Guck mal, ey. Er geifft mich wieder an. Digga, digga. Tötet den mal und baut mal das... Aber der ist voll gut drauf gewesen, Mann. Können wir nicht einfach töten? Ja. Ja, digga, ey. Keine Moral geerntet, oder? Ah, Mann. Er bringt uns alle um und du riechst von Moral, ey. Wo ist er denn jetzt hier, Alter? Wo ist er denn? Alter. Ist das der Linke hier? Ich bin der, der grad hochzackt. Das bin ich. Welches Zelt gehört ihm? Ja, links! Das am... Wo das Feuer steht. Ja? Wer ist am Lagerfeuer? Ich muss dich jetzt leider töten, tut mir leid. Sauber. Er lebt noch. Er lebt noch immer. Er lebt noch immer. Ja, mach ich jetzt. Take down, ey. Ach so, das seid ihr. Na bock mir, ey. Hoppen den. Danke. Homo, ey. Ey, kannst du jetzt das Zelt abreißen? Das geht gar nicht. Doch, warte. Ich mach das gerade. Ey, grad wieder gespawnt. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ist er weg? Boah, dann tue mir voll leid, ey. Gute Arme. Ey, töte mich doch nicht, Mann. Ach so, du bist... Das hat so bescheuert. Ich hab grad schon einen scheiß Bogen gebaut. Da liegt schon einer tot am Boden, ne? Ne. Aber du Wichse, das hast du extra gemacht. Oh nein, Monster ist da! Ja, ich kenn dich aber, ey. Oh Gott. Oh Gott. Du hast es verdient. Du hast es verdient, da zu verrecken. Jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Jetzt, ich will doch nur einmal da fighten, dann beende ich die Folge. Oh Mann. Mach den Spieler... Ne, mach den einen fertig da, der total nett ist. Ja, der ist doch weg. Jetzt hat er das Spiel verlassen. Jetzt hat er das Spiel verlassen. Ja, er hat uns doch die ganze Zeit umgebracht. Was ist... Wo ist da... Ja, wenn du ihn gekillt hast mit 240 Experience. Ja. Den hab ich gar nicht gekillt. Doch, natürlich. Ich hab keinen Spieler gekillt. Nein. Ich hab auch keinen Spieler gekillt. Wenn, dann hat ihn ein Monster gekillt. Ich hab gar keinen gekillt. Da hast du ihn gekillt. Das ist schon wieder das Drecks Dino-Viech. Ich hab das auch selber gesehen, ey. Dega. Jetzt hab ich schon wieder der Dino gekillt. Ich hab nur ein Random. Wieso hab ich Random? Dann... Du wurde dein eigenes Zipi abgerissen. Ja, weil der Bull... Weil das Dino-Viech ja wahrscheinlich gerade alle abreißt oder so. Ja, der... Oh, Mann Leute, ey. Toll, jetzt kann ich wieder... rumlaufen. Du kannst verrücken, ey. Dino hat es jetzt... Dino hat es jetzt gegeben. Aber man kann den Dino jetzt... Man kann gegen den Dino gar nicht mehr kämpfen. Ja, wo er gespawnt ist, das haben wir doch abgerissen, Diggler. Ja, ich würd sagen, machen wir... Beenden wir die Folge, oder? Ist sinnlos. Ja, dein Ziel steht aber hier noch. Ja, ach was? Und vielleicht kommen wir dann nochmal Folgen raus, wo wir dann es irgendwie mal geschafft haben, Dino zu zähmen und zum Vulkan reiten. Ja, und wenn wir den Dino... Genau, kann wir ja mal machen. Sonst halt, wenn wieder ein paar Updates kommen, dann würde ich schon nochmal was zeigen, ne? Ich mein, alleine in der Leertaste sieht man ja schon, dass da noch ein jetzt kommen wird, wahrscheinlich. Wir hauen uns jetzt hier gegenseitig noch auf die Fresse. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao!